Peter Limburg, Intendant der Deutschen Welle. Ihr Sender wird in diesem Jahr 65 Jahre alt. Als Arbeitnehmer denkt man da gerne mal an den Ruhestand, an die Rente. Bei Ihnen ist das ein bisschen anders. Sie kämpfen für mehr Geld. Sie bauen ein imposantes Nachrichtenstudio und einen englischen News-Kanal. Wie viele Veränderungen verträgt so ein altes Haus wie die Deutsche Welle? Also so alt sind wir nicht. Unsere geschätzte Kollegin von der BBC ist 96 Jahre alt. Selbst die Bunte ist älter mit 70 Jahren. Also wir fühlen uns auch ganz frisch und munter. So ein Haus muss sich immer verändern. Und es gibt kein Maß, wie viel Veränderung ist gut und nicht. Sondern wir müssen reagieren auf die Märkte, auf unsere Nutzer, auf die Digitalisierung. Und deswegen, wir verändern uns ständig. Und das ist mittlerweile auch bei unseren Mitarbeitern sozusagen gelebt, dass Veränderung einfach dazugehört. Sie versuchen mit dem englischsprachigen News-Kanal in der Liga der BBC mitzuspielen. Braucht es das eigentlich? Die BBC steht ja für sehr hervorragenden englischsprachigen Journalismus, trotz Brexits. Ja, aber Brexit hat sicherlich auch noch eine Auswirkung, denn die BBC ist dann kein Sender mehr, der aus der EU sendet. Und ich weiß, dass das Interesse an Deutschland extrem groß ist auf der Welt, an EU-Europa auch. Und so sind wir, glaube ich, eine interessante Alternative. Und es gibt ja auch nicht nur eine Zeitung in Deutschland. Es gibt neben Turi auch noch andere Mediendienste. Und insofern ist es gut, wenn der Nutzer die Wahl hat. Und ich finde, von gutem Journalismus kann es gar nicht genug geben auf der Welt. Und insofern sind wir da ganz entspannt und finden es gut, dass wir versuchen, eben mit der BBC in einem guten Wettbewerb zu sein, wissend, dass die BBC nicht unser Hauptkonkurrent ist, sondern ein guter Partner. Unsere Konkurrenten sitzen woanders. Und das sind diejenigen, die auf der Welt eben mit Desinformation, mit Propaganda unterwegs sind. Und die werden leider immer mehr. Sie haben gerade von Unabhängigem, von gutem Journalismus gesprochen. Sie gehen ja von Ihrem Sendeauftrag, finanziert vom deutschen Staat, als Kulturbotschafter in die Welt. Wie politikkritisch, wie deutschlandkritisch können Sie in Ihrem Programm eigentlich sein? Also wir sind da kritisch, wo nötig. Und wir sind konstruktiv und positiv, wo möglich. Was uns wirklich auch sozusagen unterscheidet von anderen Angeboten, von internationalen Sendern ist, die Regierung redet nicht rein. Natürlich freut sie sich nicht, wenn wir besonders kritisch berichten. Aber wenn sie unser Angebot durchstöbern, werden sie sehr viel kritischen Journalismus finden. Und unser Talk-Magazin Conflict Zone, wo Tim Sebastian fragt, er fragt auch deutsche Politiker. Und das ist nicht nur immer Spaß für die. 96 Prozent aller Nutzer halten uns, unsere Angebote für glaubwürdig. Und das bekommt man nur, wenn man auch kritisch gegenüber der eigenen Regierung ist und gegenüber dem eigenen Land. Seit 2013 sind Sie Interdant der deutschen Welle. Vorher waren Sie Chefredakteur von N24 und Moderator der Hauptnachrichten bei Sat.1. Ihre Arbeit jetzt wird innerhalb Deutschlands deutlich weniger wahrgenommen, als es früher beim Privatfernsehen bei Ihnen war. Vermissen Sie manchmal die Aufmerksamkeit? Nein, ich vermisse die Aufmerksamkeit, die man als Moderator einer Nachrichtensendung bekommt, nicht. Sondern ich habe mittlerweile einen fantastischen Job als Intendant. Und glauben Sie mir, die Aufmerksamkeit, die wir weltweit genießen, die kompensiert das auf jeden Fall. Und insofern bin ich hoch zufrieden, auch wenn ich jetzt hier ganz happy bin, in unserem Studio zu sitzen. Aber ich mache meinen Job jetzt doch eigentlich lieber als das, was ich vorher gemacht habe, was ich auch gerne gemacht habe. Turi 2 TV, das Branchenfernsehen.